Was ist die Ausstellung der Künstlergruppe? 1998 hat sich die Gruppe in Halle-Saale gegründet. Seit 2004 ist sie in der aktuellen Konstellation tätig, bestehend aus Otto Baum, Disco-Robot, Kit Cash, Dani Daphne, Mike O.K. und Lowski. Und seit 2014 sind sie tatsächlich auch bereits international und innerhalb Deutschlands mit großformatigen Arbeiten in Ausstellungen und im öffentlichen Raum unterwegs. Eine Gemeinschaftsarbeit sehen sie beispielsweise auch in der Ausstellung. Ansonsten sind überwiegend Arbeiten der einzelnen Künstler zu sehen. Die Künstler sind zwischen 1977 und 1980 geboren. Ihre Kindheit haben sie in den 80er Jahren in der DDR und in den 90er Jahren in der Jugend im wiedervereinigten Deutschland erlebt. Und aus diesem gemeinsamen Background, weil sie sich Mitte der 90er Jahren bei den ersten Spray-Versuchen kennengelernt haben in Halle, haben die Künstler beschlossen, mal einen Blick zurückzuwagen und sich künstlerisch mit ihrer Kindheit und Jugend auseinanderzusetzen. Die Arbeiten, die dabei herausgekommen sind, dynamisch, positiv, wie Club Sieben es sowieso ist. Die Spannbreite reicht von Arbeiten, die inspiriert sind von alten Holzbausteinen, von Comic-Welten, von Weltraumwelten, die aus alten Briefmarkenmotiven entsprungen sind, aber auch ganz abstrakten Figuren, in denen sich Elemente aus Möbel, Kinderbüchern und Tagebüchern vermischen. Wenn Sie die Gelegenheit haben, kommen Sie gerne vorbei. Die Ausstellung geht noch bis zum 10. Mai in Berlin. Am Gallery Weekend, am Samstag und Sonntag, können Sie eine Live-Performance sehen, bei der die Künstler ein großes Kreidewandbild erstellen werden. Wenn Ihnen die Ausstellung gefällt, empfehlen Sie sie weiter. Wir sind im Juni noch in Leipzig zu sehen, im Oktober noch in München. So, in diesem Sinne, liebe Gäste, die Künstler sind anwesend, wir freuen sich auf Sie, sprechen Sie darauf an. Die Ausstellung ist eröffnet. Dankeschön.